Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Border Allein, Teil 2 der Lebenslüge und was hat sich in der letzten Woche quasi getan? Es war ein stetiges, quasi ein stetiges Auf und Ab und zwar ging es darum, dass man auf der einen Seite natürlich seine gewohnten Muster, seine gewohnten Verhaltensweisen und auch Vorgehensweisen natürlich nicht innerhalb einer Woche ablegen kann, logischerweise. Und es gab viel Auseinandersetzung mit mir selbst quasi, es gab viel Auseinandersetzung mit der Partnerin und es hat sich immer mehr halt rauskristallisiert, dass, ja, ich meine logischerweise, wenn irgendetwas, ich sag mal so 40 Jahre in einem wohnt, dass man das nicht von heute auf morgen abstellen kann, ich glaube das brauche ich keinem zu erzählen. So, und aufgrund dieser Tatsache, dass man gewisse Dinge in seinem Leben, sag ich mal ganz vorsichtig, so beherzigt hat, wie man sie beherzigt hat, dann ändert man das nicht von heute auf morgen. Aber eins ist definitiv passiert und zwar, dass, ja, dass diese, diese, diese Emotionalität, das Traurige, diese Erkenntnis, die man da gewonnen hat quasi, dass man, dass man die gelöst hat und dass man in den, ja, in den Kampfmodus gegangen ist, ja, wo man sagt, so, weißt du was, meine ich mit, ich setze mich jetzt damit ganz konkret auseinander. So, und das große Problem ist natürlich, wenn man etwas dringend ändern will, dann verfällt man ganz schnell in so eine Art Verkrampftheit, in der man nicht locker und gelöst ist, weil, wem erzähle ich das? Man will das unbedingt jetzt ändern. Aber es gibt Dinge, die lassen sich nicht einfach von heute auf morgen ändern. Und es gibt Dinge, die muss man akzeptieren vielleicht, wie sie sind. Und ich sag eins ganz konkret, das steht und fällt natürlich auch mit der, ja, mit dem Mindset des Partners. So, wie geht der Partner überhaupt damit um, dass du quasi, ja, lange, lange Jahre, ich bringe das jetzt mal ganz konkret auf den Punkt, okay, dass man lange Jahre irgendwelche Praktiken ausgeübt hat, die nicht krank sind, aber die einem zur, wie soll ich sagen, zur Selbstverletzung wirklich gedient haben, ohne, ohne, dass man es bewusst gemacht hat, aber im Nachgang immer wusste, scheiße, es tut mir weh, das bereitet mir Schmerzen. Und wenn man das jahrelang, ohne sich damit auseinanderzusetzen, praktiziert und durchzieht, dann brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen, dass das Normalität wird. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mir, ja, blöde gesagt, keiner anderen Verletzungen zugefügt habe, sondern diese, diese emotionale Verletzung gewählt habe. Und die einfach auch nicht am Schirm hatte, nicht bewusst am Schirm hatte. Und wenn man Praktiken ausübt, und da gehe ich jetzt wirklich nicht ins Detail, sondern die einem in der Retrospektive dann wehtun, ja, so einen Tag, zwei Tage später, vielleicht sogar eine Stunde später, wo man hergeht und sagt, scheiße, schon wieder. Dann weiß man, irgendwas stimmt nicht, aber man weiß halt nicht was, weil es ist halt nichts, wo man sich vor allen Dingen vor einer Diagnose mit beschäftigt hätte. Was war so und gut ist. So, und bei mir fing dieses Desaster und das Dilemma schon an mit 16. Mit 16 bin ich quasi, war mein in Anführungszeichen bester Freund, ein Zuhälter und dementsprechend ist man da in den dementsprechenden Kreisen auch gelandet und hat natürlich auch Bekanntschaft mit der ein oder anderen Praktik gemacht und hat das dann als normal empfunden, weil man ist so gerade eben am Ende der Pubertät angelangt und kriegt dann quasi eine Wertevorstellung, was das angeht, vermittelt. Die ist mit Sicherheit alles, aber jetzt nicht dringend gesund. Aber die implantiert sich. Die ist hier oben drin im Kopf und man, man, ich will gar nicht sagen, ich will gar nicht sagen, dass man gewisse Dinge nicht gut findet oder gefunden hat. Das will ich gar nicht sagen. Es kommt immer nur auf die Art und Weise an, wie man sie gut findet, wie man damit umgeht und wie man sie umsetzt. Und wenn man natürlich gewisse Praktiken mit Fremden praktiziert, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd und profan, dann hat man keine emotionale Bindung. Dann ist es einfach eine Triebefriedigung. Und jetzt kommt so ein bisschen der Knackpunkt. Praktiziert man das aber mit jemandem, den man liebt und sagt sich auch, es geht nur mit jemandem, den man liebt, dann hat man eine emotionale Bindung. Und diese emotionale Bindung sorgt dann auch bei nicht gefallen, sage ich mal, oder nur den Ansatz von, oh, das könnte mir wehtun, sorgt natürlich dann für ein Problem. Und in dem Alter wusste ich noch lange, lange, lange nicht, dass das eine Selbstverletzung ist. Das wusste ich nicht. Also habe ich das hingenommen. Ich habe das einfach hingenommen und immer weiter praktiziert und praktiziert und praktiziert. Und es waren jedes Mal Substanzen mit dem Spiel dies, das, jenes. Und auch die Geschichte, wie das alles begonnen hat, mit dem Zuhälter, den ich damals als besten Freund tituliert habe. Die kannte man. Man kannte aber nicht die Hintergründe, die wahren Hintergründe. Die kannte niemand. Bis vor einer Woche. Kannte die niemand. Die Geschichten, ja. Wie es dazu gekommen ist. Dies, das, jenes. Aber wie es wirklich war, das kannte keiner. Dass ich quasi missbraucht wurde, um die Gelüste eines anderen mit auszuleben, was ich allerdings zu der Zeit überhaupt nicht am Schirm hatte. Das wusste keiner. Das wusste nicht mal ich. Ich habe gedacht, ich war Teil dessen. Nee, war ich nicht. Ja, irgendwie schon, aber eigentlich nicht. Weil man wurde mehr oder minder, und das sage ich jetzt auch ganz vorsichtig und auch ganz wertneutral dazu, gezwungen. Gezwungen heißt, guck mal hier, dies, das, jenes, den Vorteil, den Vorteil, den Vorteil, mach mal dies, mach mal das. Auf der anderen Seite gab es Abende, da musste man im direkten Kräftemessen, musste man sich behaupten. Wo dann gesagt wurde, ja, dann zeig mal deine Loyalität, deine Bereitschaft auch, bis zum Äußersten zu gehen. Und wir sprechen hier tatsächlich, bis zum Äußersten zu gehen. Damit meine ich, im schlimmsten Fall bleibt einer liegen. Dauerhaft liegen. Und solche Experimente sind dann öfter vorgekommen. Und dann ist man natürlich in so einer Zwangsspirale, wo man so ohne weiteres nicht rauskommt. Und dann ist die logische Schlussfolgerung ganz einfach, wenn du dazu aufgefordert wirst, das und das zu machen, machst du. Mit 16, Leute, mit 16, 17, 18, ist man vielleicht noch nicht so weit entwickelt, dass man sagen könnte, nee, das möchte ich nicht. Weil auch die Erfahrungen, die man vorher gemacht hat, so das erste Mal und so weiter, ja, quasi so kurz vorher waren, so drei Jahre vorher waren vielleicht oder vier. Und man halt die Erfahrung einfach nicht hatte. Und viele Dinge waren halt einfach normal. Die waren so ein bisschen, das ist ein bisschen untertrieben. Indem man da groß wird, mit dem Umfeld, mit dem man sich beschäftigt und die man als seine Freunde tituliert oder Art Ersatzfamilie tituliert, da ist man noch so auf dem Trichter, ja, für Familie mache ich aber alles. Egal, ob sie jetzt blutsverwandt sind oder ob sie selbstgewählt sind. Und das führte ja auch hinter, eins führte ja zum anderen. Also dann ging es hinterher in andere Gefilde, wo man dann mit größeren Sachen zu tun hatte. Da ging es dann nicht mehr um irgendwelche Praktiken. Aber dabei will ich bleiben, weil das ist quasi das, was das tatsächliche Trauma bei mir auch ausgelöst hat, wovon ich bis letzte Woche nichts wusste oder nur vermutet habe. Und aufgrund dieser ganzen Geschichten, die auch danach kamen, ja, das steigerte sich ja immer. Ihr wisst selber, eine Selbstverletzung ist irgendwann, wenn sie nur in der Basic gehalten wird, ist sie irgendwann, ja, sie bringt nicht mehr den Effekt. Sie ist nicht langweilig, aber sie ist, ja, wie soll ich sagen, sie ist so, es ist steigerungswürdig. Sagen wir es mal so. Und genauso bin ich damit verfahren. Man steigerte. Man steigerte die Praktiken, man ließ sie teilweise auch relativ weit nach oben schießen. Immer mit, immer darauf bedacht, nie respektlos dem anderen gegenüber zu sein. Also seiner Partnerin, das ist mal ganz klar. Es war immer klar, was passiert und so weiter und so fort. Wann, wie, wo und auch, nee, warum eigentlich ich nicht? Das weiß nur ich. Und natürlich tun sich Fragen auf. Und natürlich ist mir auch oft die Frage gestellt worden, so ganz runtergebrochen, warum bist du so? Wie ist das dazu gekommen und findest du das wirklich toll? Und immer war dieselbe Antwort, weil ich es geil finde, weil ich so bin, weil ich das will, weil, keine Ahnung, das einfach mein way of life ist. So Sachen wie Innigkeit zum Beispiel, das sage ich heute, so wie ich jetzt hier sitze, sage ich das ganz klar, die kannte ich so nicht. Es ist natürlich die Frage, wie wertet man Innigkeit oder wie deklariert man das? Was ist Innigkeit denn überhaupt? Ja, Innigkeit kann natürlich auch sein, wenn man sich innig mal richtig was auf den Kappes haut. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dieses Zweisame, das Genießen, dies, das, jenes und daraus halt auch neue oder intensivere Gefühle zu generieren, das war mir eigentlich im Großen und Ganzen fremd. Innigkeit war für mich so, ja, wir liegen vielleicht mal zusammen auf der Couch und der eine krabbelt den anderen oder was auch immer. Da hörte das aber auch dann bei mir auf. Und alleine der Gedanke, das Wort Innigkeit zu benutzen oder Zuneigung zu benutzen, das war mir damals ein Groll, das waren meine Hasswörter Nummer eins. Ja, weil die einfach für mich so schnulzig klangen, unmännlich. Die klangen so, ja, so dahergesagt, ohne dass ich da irgendwie eine Emotion zuordnen konnte. Oder wollte. Konnte ja, wollte nein. sein. Und das alles so in Kombination gepackt, führte zu einer extremen, ich würde sagen, Abstumpfung. Dass man quasi der ganzen Sache, ich will nicht sagen Liebe, aber der ganzen Sache der Sexualität zum Beispiel, dass man der natürlich mit einem, ja, abgestumpften Ego-Gefühl, nennt es wie ihr es wollt, gegenüber tritt und das auch genauso behandelt. Und dass das toxisch ist für einen selber und auch, und auch, muss man fairerweise sagen, dem Partner gegenüber oder der jeweiligen Partnerin dann gegenüber, dass das nicht fair ist. Brauchen nicht drüber reden. Und es ist auch jedes Mal so ein Struggle mit sich selbst, mit jeder, ich sag mal, neuen Beziehung, die man eingeht, immer wieder von sich zu erzählen. Immer wieder von, nennen wir es Neigung oder Vorlieben, wie ihr wollt, jedes Mal aufs Neue zu erzählen. Man wird müde. Und es kommt dann irgendwann der Punkt, da redest du nicht mehr drüber. Dann lernst du jemanden kennen und dann machst du dir die Mühe gar nicht mehr, weil du einfach keinen Bock mehr drauf hast. Und das geht dann so ein paar Monate gut und dann kommt das wieder und dann ist man dann der Meinung so, jetzt könnte ich das dem anderen mal erzählen. Man erzählt das und dann werden die Hände über den Kopf geschlagen. Und so, was? Auf keinen Fall. Dies, das. Spinnst du? Jetzt wirst du es nicht eher sagen können. Hat man auch schnell gemerkt, ist der falsche Weg. Also besser direkt von Anfang an erzählen. Und dann passiert Folgendes. Dann setzt man das als Priorität. Das heißt, du lernst jemanden kennen und bevor du überhaupt, ganz übertrieben gesagt, nach Namen und Adresse fragst, erzählst du erstmal, pass mal auf, bei mir sieht das so und so aus. Komm damit klar, bleib oder geh. Punkt. Bevor sich hier irgendeine Art von Gefühl entwickelt, solltest du Bescheid wissen. Und dann so, übrigens, wie heißt du eigentlich? So, so ungefähr. Und das ist gar nicht so abwegig, dass das vom Schema her so abgelaufen ist. Und man dann halt natürlich auch, je nachdem, wenn das Interesse da war, dann wurde man gefragt, ja, wie, was, wo, wie läuft denn was ab, dies, das, jenes. Und es hat sich natürlich der Eindruck auch dann aufgetan, dass ich nur so funktioniere. Dass ich eigentlich nach anderen Dingen auch suche oder nach anderen Dingen streben möchte. Das habe ich nicht erzählt. Weil, seien wir ehrlich, wenn mal jeder so in sich geht, ja, du, die das jetzt gerade sieht oder hört, wer mag das nicht, mit seinem Partner Nähe zu haben? Wer mag das nicht, mit seinem Partner intensive Momente zu haben? Wer mag das nicht, wirklich bewusst Zweisamkeit zu erleben? Damit spreche ich noch nicht mal von Bettgeschichten, sondern es kann auch diepe Momente sein. Irgendwo, was weiß ich, am Strand, auf einer Parkbank. Überall, wo man gerade so dieses Gefühl hat, so, ja, ich bin angekommen. Wer will das nicht? Bei mir wurde das aber auch aufgrund meiner Artikulation immer darauf quasi beschränkt, dass es nur das gibt. Und ich habe auch teilweise den Eindruck, gar nicht, gar nicht retourgenommen, sondern habe es so stehen lassen und dann war wenigstens alles klar. Und ich musste im Umkehrschluss nicht über das reden, was vielleicht wirklich da war. Weil über die ganzen Jahre kristallisiert sich natürlich auch etwas heraus. Weil wenn du immer wieder, immer wieder dieselben Praktiken durchziehst und das auch immer wieder steigern willst und immer wieder den neuen Kick suchst und mehr, 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 weil es reicht ja nicht mehr aus. Die Selbstverletzung ist mir zu profan. Ja, schießen wir noch einen oben hin. Und über die Jahre kristallisiert sich halt raus, dass man eigentlich vor allen Dingen zu viel, viel mehr in der Lage ist, zu geben. Es geht nicht immer nur ums Nehmen, sondern auch zu geben. Du hör mal, eigentlich bin ich jemand, der sehr, sehr heftig lieben kann. Eigentlich bin ich jemand, der sehr, sehr viel Gefühle hat, Emotionen hat, der unheimlich sensibel und empathisch ist. Und das beißt sich komplett, komplett mit dem, was man nach außen darstellt. Und von Jahr zu Jahr wird das irgendwie so ein bisschen schwieriger anzuerkennen, dass man vielleicht doch anders ist. Und natürlich, natürlich steht und fällt das auch mit der Wahl des Partners. Ein Partner macht das bedingungslos mit, der andere hinterfragt vielleicht mal oder auch beides in einer Person. Aber da man selber immer noch im Struggle ist mit sich selbst und vielleicht auch sein Ego in dem Sinne nicht ablegen kann, wo man es anders ablegen kann, aber in dem Sinne halt nicht. Das führt natürlich zu einer extremen Verbitterung. Und diese Verbitterung macht sich irgendwann in Frust, zeigt die sich oder macht sich deutlich. Und wenn man gefrustet ist, dann wisst ihr selber, was kommt nach dem Frust, nach dem Druck. Es kommt die neue Selbstverletzung. Also steigern wir die Sache schon wieder. Und schon wieder. Und noch mehr Substanzen am besten. Und dies, das, jenes. Bis irgendwann der Punkt kommt, wo ihr sagt, ich will das nicht mehr. Jetzt muss irgendwas stattfinden. Und da sind wir immer wieder, oder da kommen wir in den Bereich, wo ich immer wieder darüber spreche, dass diese Reflexion, deswegen erzähle ich euch auch das. Erzähle ich euch das hier auch. Weil damit ihr vielleicht die Chance da habt, jetzt schon anzufangen zu reflektieren. Damit ihr den ganzen, die ganze Qual, das sage ich euch ehrlich, wie es ist, vielleicht nicht erleben müsst. Sodass ihr vielleicht einen Denkanstoß habt, so ah okay, spüre ich bei mir auch. Ich denke mal darüber nach, damit es vielleicht nicht so weit kommt. Deswegen erzähle ich euch das. Ich meine, ich erzähle euch das nicht, weil ich da stolz drauf bin. Ganz zum Gegenteil. Es war für mich teilweise Folter. Und damit spreche ich nicht von irgendeiner Folter, die als praktiziert gilt, sondern wirklich hier oben drin. Und die einen auch in Sphären geschossen hat, die waren wirklich nicht mehr gesund. Und als Border allein damals anfing und auch krasse Folgen rauskamen, wo wirklich die nicht nur hochemotional, sondern auch vielleicht bedenklich waren, war man auch noch in so einer Phase. Also diese Phase ist jetzt drei, vier Jahre her. Und man hat immer versucht, sich krampfhaft diesen Selbstverletzungen zu stellen, die durchzusetzen. Und dann kommt der Punkt, so wie letzte Woche, wo du erstmalig auspackst. Und zwar so auspackst, wie es der absoluten Wahrheit und vor allem der empfundenen Wahrheit entspricht. Du packst aus mit dem Hintergrund, dich endlich zu entlasten, nicht mehr zu belasten. Du willst diesen Schmerz nicht mehr. Du willst ehrlich mit dir sein und zwar kreuz ehrlich, aber natürlich auch ehrlich mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin, wie auch immer. Du willst das. Weil es auch fair ist. Und da fällt mir immer wieder ein Satz von meinem Coach hier ein, die zu ihrer Schwester sagte, ich möchte, ich bin jetzt 50 und möchte jetzt nicht mehr so leben, wie ich die erste Hälfte meines Lebens gelebt habe, so ungefähr. Und der sitzt auch so ein bisschen, weil es ist ein ganz prägnanter Satz. Und dieser Satz, der bedeutet ja auch, dass man auf jeden Fall jetzt etwas ändern muss, weil sonst bleibt es so. Und so Gott will, haben wir nur dieses eine Leben? Und warum soll ich mich jetzt noch bewusst irgendwelchem Schmerz aussetzen oder irgendwelchen Verletzungen aussetzen? Ich meine, ich bin da lange drüber weg. Und wenn ja die Grundeinstellung, jetzt kommen wir mal so in die Psychologie des Ganzen, wenn man die Grundeinstellung ändert, wenn man sein komplettes Mindset einmal umschraubt, dann fängt das natürlich bei Kleinigkeiten an. So von wegen, warum verhalte ich mich so und so, wenn die Sonne nicht scheint? Oder wenn es regnet? Oder wenn es schneit? Stürmt? Warum verhalte ich mich so und so, wenn nur ein Wort fällt oder eine Gestik oder eine Mimik? Das sind die kleinen Sachen. Und so arbeitet man sich so peu a peu, arbeitet man sich quasi in die, ja, du gehst next level. Du gehst einfach next level. Und beschäftigst dich dann mit Sachen, die tiefgehend gehen. Und die auch tatsächlich ein wirkliches Trauma auch beinhalten. Oder mehrere Traumata. Und das ist auch nochmal was, was die eigene Emotion sich selber betrifft, auch nochmal next level. Weil, ey, das spült so viel raus. Ich habe so viel geheult, so viel Selbstzweifel gehabt. Ich habe mich gefühlt, ganz ehrlich, als ob ich ein kleiner, dummer Junge bin, der nichts vom Leben weiß. Obwohl er schon so viel Leben hatte. Wie gesagt, meine Therapeutin hat immer gesagt, ihr Leben reicht für vier Menschen. Ja, oder für vier Leben. Ja. Sitzt aber dann da und denkst dir so, Alter, bist du behindert? Bist du dumm? Du fühlst dich gerade wie der, ja, sagen wir es ruhig so, wie der fünfjährige Sven, der noch von nichts eine Ahnung hat. Und, ähm, was hast du eigentlich bis jetzt gemacht? Wie hast du eigentlich bis jetzt gelebt? Und warum? Und war das richtig so? Führt dieses Leben, was du hattest, jetzt zu deiner Erkenntnis? Oder wäre das am besten schon 40 Jahre eher passiert, äh, oder 30 Jahre, ähm, damit du das alles nicht hättest erleiden müssen? Also viele, viele, hätte, hätte, Fahrradkette, wenn und aber. Ähm, und damit muss man sich auseinandersetzen. Das tue ich jetzt seit einer Woche. Und ihr merkt selber, das ist alles schon so ein bisschen reflektierter. Aber, ich habe aber auch gemerkt, und vor allen Dingen auch gestern nach einem Gespräch, dass man da noch lange, lange, lange nicht am Ende ist. Ich werde euch jetzt ganz sicherlich nicht jede Woche, äh, damit, damit am Senkel gehen, aber ich werde es immer wieder zwischenwerfen. Das ist heute Teil zwei, der ist erstmal der letzte Teil. Ich werde mich aber bestimmt noch ganz oft auf diese beiden Teile berufen. Mir ist jetzt erstmal nur wichtig, dass ihr, dass ihr, dass ihr auch seht, trotz aller Emotionen, trotz allem Gefühlschaos von letzter Woche zum Beispiel, also von Folge, ich weiß gar nicht, 151, ähm, findet eine Verbesserung statt, obwohl man sich manchmal fühlt wie ein kleiner Junge, weil den muss man akzeptieren. Weil du fängst quasi mit gewissen Dingen, ey, du fängst bei Null an. Du fängst bei Null an. Das fängt damit an, dass du erstmal vor dir selber stehst, in den, in den, quasi in, äh, in dich reinschaust oder in den Spiegel guckst, in die Seele guckst und sagst, jo, dat müssen wir jetzt aber mal hier auf ein Update bringen, äh, dat ist noch, ähm, Windows 98, wat du hast. Das funktioniert nicht mehr, dat System. Dat musst du updaten. So, und, äh, ihr kennt das alle. Angenommen, irgendjemand von euch hätte Windows 98 und macht jetzt, ich weiß gar nicht, was das alles gibt, Windows 11, 13, 15, 100, wat weiß ich, ist ja auch scheißegal. Und ihr steht davor und denkt so, oh, läuft. Zwar nicht bei mir, aber läuft. Rückwärts, bergab. So, und so steht ihr vor euch selber. Und dann müsst ihr euch reinfuchsen. Stück für Stück für Stück. Ich bin natürlich auch jetzt nicht unbedingt ein Geduldsmensch. Am liebsten hätte ich euch heute eine Folge eingesprochen, die ganz klar besagt, yeah, ich hab's geschafft, Leute. Vor einer Woche, ha, das war Müll. Und jetzt bin ich da, wo ich bin. Ich hab's geschafft. Bullshit, Bullshit. Das ist jetzt ein Prozess. Das ist ein Prozess. Und ich hab das unverschämte Glück, dass man mir dabei hilft, ja. Dass man Verständnisse hat und so weiter und so fort. Aber grundlegend muss man das so ein bisschen loseisen, weil das unverschämte Glück ist, dass ich und hoffentlich ihr auch spürt, dass ihr was ändern müsst. Damit ihr ein Trauma vielleicht löst oder mehrere Traumata lösen könnt. Ja, und von mir aus auch einen Glaubenssatz umschreiben könnt und vor allen Dingen in die radikale Akzeptanz gehen könnt. So, das ist erst mal das Wichtigste. Das muss stattfinden. Weil was nützt ist, wenn der Partner dir sagt, so, ey, ich bin bei dir und du denkst so, ja, und wofür? Sollen wir jetzt eine Runde Pingpong spielen oder was? Nee, nee, ihr müsst schon wissen, was ihr wollt. Was ihr nicht mehr wollt vor allen Dingen. Das ist das Wichtigste. Was will ich nicht mehr? Und was will ich in Zukunft? Was will ich in einer Stunde, in einem Tag? Was will ich im nächsten Jahr? Ja, wie lange dieser Prozess dauert, ey, nobody knows. Ja, weiß keiner. Weiß keiner. Who knows? Weiß keiner. Aber, wenn ich jetzt einfach nur mal in ganz kleinen Schritten zurückdenke, dann liegt der Tag des Erzählens, Erzählens, des Aus-sich-Raus-lassens, der liegt jetzt quasi, um genau zu sein, acht Tage zurück. Und in den acht Tagen ist schon viel passiert. Viel Auseinandersetzung, viel, ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch kleine Rückschläge, die ich jetzt hier nicht weiter erörtern werde. Das würde dann tatsächlich zu weit in meine Privatsphäre greifen. Aber es gibt dann auch immer wieder kleine Rückschläge. Das sollte so als Essenz stehen. Und diese Rückschläge muss man dann auch wieder nehmen. Entweder besprechen, mit sich selber besprechen, mit dem Partner besprechen und immer ehrlich kommunizieren. Und das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Kommuniziert ehrlich euch gegenüber. Erfindet nichts dazu, lasst nichts weg, nehmt die Dinge genauso an, wie sie sind. Und ob das damals ein bewusster Missbrauch war, mir gegenüber, ob der niemals so gemeint war und ich den so empfunden habe, ob ich den heute so empfinde und damals nicht so empfunden habe, ist darauf geschissen. Fakt ist aber, dass das ja nun mal etwas ausgelöst hat und darum muss man sich kümmern. Darum muss man sich einfach kümmern. Und ich sage das immer und immer und immer wieder. Und das musste ich auch lernen über die Jahre. Ich gebe diesem Menschen, dieser Situation, dieser Lebenszeit überhaupt keine Schuld. Ich gebe niemandem mehr für irgendetwas die Schuld. Weil ich habe etwas erlebt und habe daraus ein Leben gelebt. Irgendwer hat mich irgendwann mal ins Wasser geschmissen, aber schwimmen muss ich. Von Boje zu Boje, bis ich irgendwann wieder safe bin. Es bringt euch keinen Deut weiter, wenn ihr Schuld vergebt. Das macht keinen Sinn. Sondern guckt, wie verbessere ich etwas. Und da ist es egal, ob das wie in meinem Fall jetzt solche Geschichten sind. Ob das anderer erlebter Missbrauch ist, Gewalt ist, ob das Vernachlässigung ist und so weiter und so fort. Ihr könnt eure Lebensgeschichte, die könnt ihr nicht umschreiben. Das geht nicht. Es ist passiert, was passiert ist. Das muss man akzeptieren. Ich kann auch nicht mehr hergehen und die letzten 49 Jahre seit dem Tag, als ich aus dem Loch fiel und in das nächste reinfiel. Nein. Ich kann davon nicht eine Sekunde rückgängig machen. Es ist alles so passiert, wie es passiert ist. Meine Vita ist geschrieben bis zum heutigen Punkt. Aber ich kann versuchen, das versuche ich seit mehreren Jahren jetzt, sie neu zu gestalten im Hinblick auf die Sicht nach vorne. Ich versuche sie neu zu gestalten. Ich sorge für mich, nee, ich sorge für mich. Setzen wir da mal einen Punkt. Ich sorge für mich aber auch dafür, dass in meinem Leben alles sich so darstellt und sich so bei mir integriert, dass ich glücklich sein kann. Dass ich mit mir zufrieden bin. Das klappt nicht immer. Auch ich bin oft unzufrieden mit mir. Wo ich in den Spiegel gucke und denke so, alter Falter, die alte Hackfresse schon wieder. Kannst du dich nicht mal darum kümmern? Kannst du nicht das mal so machen? Kannst du nicht mal das machen? Ey, es ist ja nicht so, dass man ein Ereignis in seinem Leben ändern muss. Das sind ja ganz viele kleine. Aber es sind kleine, die sollte man auch nach Wichtigkeit strukturieren. Was belastet mich am meisten? Daran gehe ich zuerst dran. Oder was belastet mich am wenigsten und ich fange von unten an? Der Weg ist das Ziel. Ob ihr von oben oder von unten oder von der Seite oder wie auch immer, das muss jeder für sich selber rausfinden. Aber der Weg ist immer das Ziel. Und das Ziel sollte immer sein, das Ziel, was hinter dem eigentlichen Ziel liegt. Und wenn man da so ein bisschen vorgeht nach der Prämisse, dann kann man sich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich jetzt die letzten Jahre so wirklich gelernt habe, was mir jetzt einfach auch zugute kommt. Und was mich das auch ertragen lässt, dass man sich Dinge eingesteht, die nicht leicht sind, sich einzugestehen. Und normalerweise müsste ich mich jetzt bei so dem, der und dem ein oder anderen sicherlich persönlich noch entschuldigen und sagen, du, hör mal, entweder du hattest recht oder tut mir leid oder tut mir dies, tut mir das. Aber ich kümmere mich um mich. Das hört sich unheimlich egoistisch an, ist es aber nicht. Ego, liebe Kerstin, Ego heißt nichts anderes als ich. Ich kümmere mich um mich. Aber wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme, werde ich das sicherlich tun und werde sagen, du, pass mal auf. Es tut mir leid, was irgendwie irgendwann mal passiert ist, aber das war aus dem und dem Grunde. Und da geht es nicht nur darum, sein eigenes Gewissen zu beruhigen, sondern dem anderen vielleicht auch zu zeigen, dass er nichts falsch gemacht hat. Also geben und nehmen. Nicht immer nur sein Gewissen entlasten wollen, damit es einem besser geht, sondern der andere soll ja auch was davon haben. Okay. So. Wie gesagt, ich werde keinen dritten Teil jetzt machen und ich Woche für Woche erzähle, was hier passiert. Aber ihr werdet das sicherlich, das wird so ein bisschen einhergehen, mit weiterer Reflexion oder weiterer Aufarbeitung. Aber es gibt natürlich noch hunderttausend andere Ereignisse in meinem Leben, die mindestens genauso wichtig sind und hoffentlich immer weiter aus diesem Strudel psychische Erkrankheit rausführen. Ich will, und das ist meine Prämisse, ich will der Erste sein, der offiziell als Gehalt gilt. Wir brauchen nicht darüber reden, dass das nicht passieren kann. Aber das ist mein Anspruch. Das ist einfach mein Anspruch. Ich will, dass es mir irgendwann so gut geht und ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg, dass mir eine psychische Erkrankung nicht mehr den Boden unter den Füßen so wegreißen kann, wie sie es mal getan hat. Dadurch habe ich viele, viele, viele Verluste erfahren, aber auch viele, viele Wertigkeiten dazubekommen. Auf der einen Seite habe ich verloren, aber ich habe wahnsinnig viel dazugewonnen. Das meine ich nicht mal personenabhängig, das meine ich erst mal ganz generell gehalten, aber auch personenabhängig, weil wenn ihr euch ändert, ändert sich zwangsläufig ein Umfeld. Zwangsläufig, weil man kann nicht dort heilen, wo man krank geworden ist oder krank gewesen ist, sondern man kann nur anfangen zu heilen, wenn entweder beide einen Cut machen zusammen, das wäre optimal, oder aber jeder für sich selber und dann trennen sich Spreu und Weizen, dann trennen sich einfach auch mal Wege. Und da ist es egal, ob es eine Freundschaft ist, eine Beziehung ist oder auch familiär ist. Das könnt ihr ja für euch bewerten, wie das bei euch vielleicht gelagert ist. Aber eine Heilung findet erst statt, wenn ein Umdenken stattfindet, eine Akzeptanz stattfindet. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr ein Blumenkull ans Ohr gequatscht und ihr konntet mit der Folge was anfangen. Wie gesagt, für mich war es sehr wichtig, darüber zu reden, einfach um den einen oder anderen von euch da draußen vielleicht davor zu bewahren, dieselben Fehler zu machen oder zumindest die Auseinandersetzung vielleicht auslösen können. Das wäre schon toll. Und wenn es nur einer von euch ist, das würde mir reichen. Oder ihr kennt jemanden, der in der Phase ist und ihr könnt ihm diese Worte oder diese Erfahrung vielleicht weiterreichen oder ihn diese Folge hören lassen. Und natürlich alle anderen 151 Folgen davor auch, logischerweise. Ja, und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und passt auf euch auf, bleibt wachsam und habt eine gute Zeit. In diesem Sinne, macht's gut, euer Sven.